Ja, Moin, hier ist wieder euer Power-Duo Spiky, der dynamischste Dogge westlich von Kasachstan und geehrt, der betagte Weinhändler. Und wir wollen euch mal wieder was Schönes vorstellen. In dem Fall einen klassischen Rotwein aus Mittelitalien, Montepulciano D'Abruzzo, gekältert von Quinto Fausti, dem vielleicht besten Winzer der benachbarten Marken, der aber auch in D'Abruzzo einen kleinen Weinberg hat. Schöne rubinrote Farbe, super saftig in der Nase, ganz, ganz lebendig, feine Würze drin. Geschmacklich ist er ziemlich herzhaft. Das ist jetzt nicht so ein weich gebügelter Barrique Boy, sondern der ist im großen Holzfass ausgebaut, hat eine wunderschöne Frucht und hat auch so ein hauchlebendiger Säure. Also das ist der Wahnsinn, den ich mir jetzt eine richtig schöne knusprige Pizza mit Peperoniwurst wünsche. Und das ganze Teil kostet unter 6 Euro.